Kennt ihr den genauen Wortlaut des augustäischen Prinzips? Hm, die Prinzipie, die allgemeinen Rechtsprechung, sind nicht nur kategorisch, sondern auch oder umgekehrt oder beides oder 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 oder. Durchgefallen. Für die Leidenschaft, auf, Sturm und Tag. Ein Poet? Das hab ich auch mal geglaubt. Aber sonst niemand. Ich weigere mich, dieses lächerliche Geschreibsel weiter zu finanzieren. Was ihr grauenhaft, lasst ihr auf eine Beerdigung, Herr Stimmung? Entschuldigen Sie, mein Vater, aber es steht Ihnen. Was? Rot. Ich bin Johann. Johann Gülze. Ganz wahr mein Herz an deiner Seite. Und jeder Atemzug für dich. Wäre das jetzt nicht der Augenblick? Welcher Augenblick? Der, in dem Sie mich küssen. Scheinst du dem Gerichtsrat zu gefallen, mein Kind. Der gefällt dir sicher auch. Du wirst Herrn Goethe nicht wiedersehen. Ohne sie kann ich nicht leben. Es ist die Liebe, die die Welt im Inneren zusammenhält. Ich bin י Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020